Moin! Er ist erstanden! Eines der ältesten Osterlieder singen wir heute. Viel Spaß! Christ ist erstanden von der Martha Halle, das sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein, Kyrie Eleis. Wäre er nicht erstanden, die Welt, die wäre vergangen. Seit das er erstanden ist, so loben wir den Herr Jesu Christ, Kyrie Eleis. Halleluja, Halleluja, das sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein, Kyrie Eleis.